hallo und herzlich willkommen zum nächsten video aus project ascension diesmal haben wir mit gnomen gestartet wieder in die survivalist nightmare challenge wie es diesmal geklappt hat seht selber viel spaß du ich habe von den letzten sachen gelernt die wir hatten ja zumindest ein bisschen ich habe das hier nicht angreifen bist du sicher dass du den namen willst der ist größer als du ja auch kann ich auf den reiten schaffst du es vor mir noch skills habe ich habe dass das meint dann habe ich moment wo noch ein gegner da nehme ich den trock ich habe noch das hier schildschlag zum interruption dann habe ich noch das hier totem und dann habe ich noch ein drin was ja jetzt auch nicht so verkehrt ist das wir gehen jetzt einfach bis nach telsa mal durch und klatschen also ein paar sachen nehmen du willst du sicher dass du schon so ein schwein willst alter da ist ein bär da ist auch ein bär schwein wäre natürlich noch besser 30 jahres hat das reichweite ich überlebe das auch noch oder die skills auswürfel so so ein schwein mit sturzflug ja ne dass er sozusagen irgendeinen skill kriegen könnte der auch der hexer hat den impf so so nimm mal bevon was du Felix jetzt aufzählen pack des falten so ich habe jetzt mal holy specialization gelernt britische treffer machen 20 prozent mescha mit heilig und zauber die werfen dinge willst du dir seh.. alter rechts oben ist auch noch einer den für neuen roll nehm ich nehm ich ja genau das sind so sachen die ich im pet manchmal nicht verstehe nehm ich hab dir auf passiv alles nehm genau nehm ich hab dir jetzt noch eins ein scout ein zahn perfekt totem der erdstärke du hast jetzt zwei totems ja aber erdstärke totem bringen mir nicht so viel aber aspekt des falten noch weniger jaaa sorry ich würde sagen die nächste quest machen wir nicht da müssen wir sehr töten das ist ein zauberer aber ja 10 joh ja 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 cheer Also zwei Charriere Line. Kasta! Wir können uns auf jeden Fall zum Glück hier noch hinter Sachen verstecken. Zwei, oder? Ja. Ach gut, dass du ihn eingefahren hast. Ja. Mein Gott. Ich hab auch nur noch... Wo drin? Hast du dich noch rausgelaufen? Nee. Fünf, vier. Ein oder brauche ich noch? Ich glaub der Pult da hinten gerade. Ich glaub der Pult da hinten gerade. Ja, ja. Raus hier. War doch halt. Für dich reicht's doch noch. Für mich. Das ist sogar ganz gut für dich. Ich hab mir jetzt zwei Scrolls und werd die wegballern und gucken was ich bekomme. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Was wollen wir denn nicht? Aspekt des Adlers. Du kriegst dafür... Nehm ich. Nehm ich. Nehm ich. Nehm ich. Poisons. Dann porte ich mich mal nach... War ein Fehler, was ich jetzt gemacht habe. Ashenvale. Wo ist die Ashenvale-Rolle? Nicht sterben? Ja, deswegen. Weil du bist ja von oben einfach herabgelassen und ich hab nicht aufgepasst wo ich jetzt gelandet bin. Und wo bist du gelandet? Naja, die Gegner sind jetzt hier Level 23. Kommen trotzdem mal in deine Richtung. Hier sind auch Schamanen bei, deswegen hab ich ja Angst gerade irgendwie wegzulaufen. Komme ich nicht zu dir. Du siehst aber von oben auch nichts, weil überall Baumkronen sind. Ja, deswegen. Weißt du, was richtig beschissen wär? Oben auf einem Baum zu landen. Ich hab Slowfall. Hab ich nicht auch Slowfall bekommen? Ah ah. Ich bin jetzt hier kurz vor Astro. Okay. Überlebt. Und zum Glück nicht so doof gelandet wie du. Aber ganz nice. Ich kann jetzt immolaten. Dann den Slowschuss machen. Stück weglaufen. Und smiten. Ich mach mich auch alleine ein bisschen tankiger. Damit das Schild macht. Na Stamina. Ui. Gucken wir was es gibt. Achja. 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 Hast du bekommen. Guck mal was ich bekomme. Über Poisons. Endlich geh nicht immun gegen Spinnen. Schau mal was du jetzt klingst. Aspektus Affen. Ich weiß jetzt nicht ganz so bad. Doch schon ziemlich. Soll es halt ausweichen ne? Ja. Zwei Prozent. Das ist der Hammer. Ja ist besser als null. Ja. Aber alles andere wäre besser gewesen. Ich skill auf jeden Fall noch. Illumination. Beim Holy Parlor. Nein das war falsch. Puck. Das war falsch. Und dann wo war das? Was wollte ich hier lernen? Das da. Die beiden Intellect. Ups. Das wollte ich lernen. Jedenfalls kill ich die bevor die was casten können. Ja. Den Smile echt gut. Weil als erstes casten die immer ihren Frost World. Was auch immer geil ist. Was auch immer geil ist. Weil ich ja Frost Schaden mache. Der wollte mich jetzt verarschen. Serpent Steak. Du wolltest doch ein Instant haben. Doch nicht. Ich habe Mongos beibekommen. Ist auch nicht wirklich besser. Ja. Nimm den Schaman. Ich würde sagen den Schaman bürsten wir. Und ich schicke meinen Wehr auf den anderen. Ok. Dann. Ähm. Lauf. Lauf. Holy shit. Da hat er noch seine Freunde geholt. Holy shit. Wie gemein. Auf jeden Fall scary. Ja. Ich glaube wir müssen den einfach weg pullen. Der ist tot. Der ist tot? Ich dachte der hat sich geheilt. Ne. Ich habe den noch durchgezogen. Der ist dann weggelaufen. Ja. Meine Laufquest für sie erledigt. Geben sie uns all diese Erfahrung. All die Erfahrung dieser Welt. Bitte. Danke. Let's go. Schade. Einnehmen. Einnehmen. Holy fire. Ich habe counter spell bekommen. Ich habe hellfire bekommen. Oh Gott. Ja. Das macht Magie schaden alter. Das kann ich ja gar nicht benutzen. Ich dachte mal einen Tick. Hättest du dich damit jetzt selber umgebracht. Ne. Ich hätte das so was von gefeiert. Aber dann. Dann let's go. Nein. Kurz bevor wir unsere alten Charaktere im Level eingeholt haben. Ne. Ich bin wie selber oben. Ich bin verzweifelig. Das ziehe ich mal lieber ganz irgendwo hin wo ich damit keinen Quatsch machen kann. Am besten gar nicht irgendwo in den Gleis ziehen. Dann gehen wir nach Arati. Aber ich verlerne jetzt erstmal vom Schurken Poisons. Was verlerne ich denn jetzt am besten ey. Schade. Ich weiß was hier unsichtbare Griechen hat. Oh cool. Es ist hier eine Dingsbums Zone. Da ist eine unsichtbare gewesen. Für mich war die unsichtbar. Und was kriegst du? Flamestrike. Mal hier so. Was ist das gemeint? Weil wir auch so viel weg A-O-E'en. Ich hab da grad ne Liederzeichen gesehen. Ein Rare. Ach das ist ein Rare. Der Sänger. Und die Frage ob wir den probieren wollen oder nicht. Normalerweise würde ich immer sagen ja. Ja dann. Aber. Ist auch immer ne gefährlich. Ich weiß nicht was noch mehr da drin ist. Ob der alleine drin ist. Sonst fängt man halt neu an. Aber. Ein Rare stehen lassen? Ich weiß nicht. Guck mal. Wir pullen den mal raus am besten. Da sind noch zwei andere dabei. Ach du Scheiße. Und der ist Magier. Also nein. Wir lassen den. Der ist Magier. Ja. Aber wir haben ja. Wir können. Wir haben ja Ecken zur Not. Um die wir immer laufen können. Fällt aber zwei Däuschen an. Echt? Mhm. Ja dann. Pull den einfach mal. Gucken ob wir das schaffen. Den. Alleine zu pullen. Ich probiere den mal so zu pullen. Pullt. Easy. Easy. Eieiei. Ja guck mal. Du hast ne Schild hast. Dann würde ich das Schild nennen. Wischen den Baumkronen vorbei. Ja dann. Auch wenn er Désolée ist von ihr ne. Wenn ich noch weiß wo das war. Also ich hab keinem lassen Schilder mehr. Wie immer von hier aus. Na Désolée ist von mir. Ich hab irgendwo so nen Durchgang. Hier steht ne Ellie Wache auf jeden Fall. Moin Meister. Ja die ist. Die ist zumindest grau. Aber die eine ist grün. Okay. Hier sind noch Quests perfekt. Eben gucken wieviel Schaden haben immer. Achso. Alles klar. Ich will ja nichts sagen ne. Wenn der mal crittert ne. Dann bist du dabei. Aber. Ja und ich hatte ja noch. Ich hatte ja noch. Power World Shield on. Ouch. Ja dann. Das war nochmal 200 Leben mehr. Das heißt er hat mir ungefähr. 800 Damage gemacht. Oh Gott. Ja einmal so. Und da nur 200% mehr mehr nach hast als ich. Ja dann. Pet. Go. Oh mein Gott. Okay wenn wir beide drauf kasten geht. Ihr seid Nahkämpfer ne. Gehen. Wir sind sogar noch ein paar Level unter uns hier die Jungs. Ja. Machen wir den rechts ja dort. Ich folg grad schon. Anscheinend machen wir den rechts ja. Boop. Hinten rechts. Das Bär hat geregelt. Der andere. Dein Bär. Fuck. Dein Bär tot? Ja. Okay. Willst du in die Truhe gucken? Zwei Magier. Na easy. Kann man ja um die Ecke gehen. Achtung bist du begeistert. Doppelt. Fuck. Nein. Was soll denn noch schief gehen? Was soll denn noch schief gehen? Ey wenn du es haltst Jings ne dann. Wo? Warum ist der hint dahinter? Oh. Warum schlapp eigentlich immer ich? Weil du einfach immer vor gehst und die Leute dann attackierst ohne Bescheid zu sagen. Ich bin da ja eher vorsichtiger. Ja ich glaube ich muss jetzt auch vorsichtiger sein. Du bist jetzt die möglichen Reise. Ach foile. Die gibt es denn nicht. Wie alt ist denn auf Engel? Fuck. Cry? Ja. Ja. Ja.